Es fing alles an Am 20.06.2018 Wo ein kleiner Junge Könnt ihr mich bitte einladen? Mich ganz besonders tötet Was ist das? Was ist das? Was geht? Wer will mein Glitsch? Wer will mein Glitsch? Wie ist denn unter der Map? Ja du hast mich da unter der Map gekillt Ich hab dich unter die Map gekillt Ja ich kann es einfach Du warst Noah oder? Von deinem Namen? Oliver und Noah Bist du Noah? Ich bin... BABABAN Erstmal überlegen Was bist du? Bitsch ich fahre im BABABAN Aber ist schon ein bisschen assig oder nicht? Unter der Map Leute zu killen? Deine Mutter ist unter der Map Deswegen muss ich da immer hin Ah, alles klar Wir gehen zu Katja Rasowitsch Ok, folgen wir dir mal Geht hinter meinen Hinterteil bitte Das gefällt mir sehr Definitiv nein Wo hast du auf die ganzen Emotes her? Das ganze Geld dafür? Von Katja Von Katja? Hast du das Geld von deiner Mutter? Die ganzen Skins? Von meinem Vater Von deinem Vater? Was arbeitet denn? Nix Musik halt Klavier Wenn du richtig gekennst Ich hab dich geklappen Dicke Lappen Dicke Lappen Ich hab ne dicke Fresse Dicke Fresse Dicke Fresse Ich hab dicke Fresse Die Blase Wenn du sieben bist In welche Klasse gehst du denn? Im ersten vielleicht, oder? Oh, vor dir Noah Bob Bob Da 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 Alter, ich hab kein Pokémon Das hört sich viel besser an Wie von der Bibi Ich weiß Ah, links von dir Links von euch Er pusht euch Hä, wo ist links? Bin behindert Ich hab mich schon am Arsch Ich hab mich nicht in Mathe aufgepasst Oder ist das was in der Art? NICHT In Deutsch Achso, hab noch einer Oh, dringend Bob Oh, oh, oh Noah schnell Ich hab keine Materialien Bob, Bob Jetzt Bibi Kale Guren Ha, 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 ha Holy Dear Wow, schade Bit Shifone Bob, Bob, Bob Kennst du eigentlich noch so viele Lieder von YouTubern? Dicke Lippen von Kathi Und was noch? Ehh War, warst du schon mal in einer Shisha Bar? Ja, mit Kathi Mit Kathi Ich kann auch manchmal witzig sein. Wollen wir woanders jetzt abspringen? Ja, dann müssen wir mal den Glitz irgendwie hinbekommen. Du wolltest ihn dir auch unbedingt zeigen. Du hast mir sogar einen Spahn eigentlich dazu geschenkt. Ich zeig dir einen Glitz, wenn du meine Party kommst. Wir können auch Retail runter. Das auch mal eigentlich sagen. Wollen wir Retail? Ne. Kisten sind gesund. Sind gesund? Also das nächste Mal gehe ich nicht mehr zum Arzt, sondern... Zu der Kiste. Ja, eine Kiste ist gesund. Für die Manie und für die dicke Eier. Das merkt mir fast. Wer hat dicke Eier? Dein Vater. Aber ich höre hier, meine Fucke. Weißt du, weißt du was es heißt? Ja, halt's mal. Okay, und hier kann man irgendwo unter die Map oder was? Du kannst aber gut mit einem Einkaufswagen fahren. Bist du oft einkaufen? Ja, ich bin oft einkaufen. Ein Fortnite-Store. Was für Skins kaufen wir uns heute? Bleibst du... Bleibst du mal bis 2 Uhr wahr? Machst du dann heimlich immer die Xbox an, um die neuen Skins anzuschauen? Ja. Wir müssen zu Tilted. Er hat keinen Bock. Ja, ab zu Tilted. Den Glitch. Muss sich beeilen. Tilted ist da die Zone da. Oh, da ist ein Gegner. Ey! Ey! Was machst du? Na, nein! Na, nein! Na, nein! Na, nein! Ich komme zu dir alleine! Okay, komm hin! Komm nicht! Äh, hatte! Ja, hatte! Ja, hatte! Okay, okay, okay. Ja, also Führerschein ist noch nicht drin, sagt er oder? Wer wird drauf? Wer wird drauf? Komm beeil dich bevor du direkt Gegner abschließt. Warte. Musst du kurz Erdrehung machen? Ja, Führerschein ist doch nicht da. Bruder, muss los. Ah, ich bin abgeschossen! Sing mir Bibi-Song, da bist du ganz schnell weg. Sing. Boop, boop, ba-da-dee-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ja. Alles gut? Alles gut, Noah? Spielt gerade Oliver neben dir. Das geht bei dir auch. Das geht bei dir auch. Nochmal. Nochmal. Alles gut, Edgar? Alles gut, Edgar? Habt man hier irgendwas verpasst? Warst du in der Shisha-Bahn? Aber sonst ist alles okay bei dir. Wie macht das Baby vom Baby? Lol. Geh mal runter. Das kann ich auch nicht. Ich stand da auf dem Jumping unter zu jumpen. Du hast jetzt nicht fliegen. Ich seh dich nicht fliegen an. Bei mir bis auf dem Boden rennt's rum. Ich fliege. Ich fliege mit Flügeln. Hä? Hä? Was hast du für Glitches am Start? Was geht mit meinem Charakter ab? Kann ich ja auch tanzen? Ich kann gar nichts machen. Der denkt, ich fliege noch in der Luft. Ich kann auch nicht anvisieren. Hilfe! 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 bleibt man stehen leute dass ich die ganze Zeit hiel'n also in deinem Boden liegt gleich hiel'n kommt auch mal alle hin zusammen die ganze Zeit hiel'n ich hab das mal mit anderen Fronten probiert es hat geklappt bis zur echt letzten Zone ja vielleicht klappt's auch für uns wir warten jetzt einfach und be- machen wir uns einfach die ganze Zeit also ich bin der erste wo stirbt okay gleich beleben kommst bisschen nah kommst bisschen nah und du bist so du bist du nein nur in der Eichgesellschaft deswegen ist das schwer mehr alle drei mh leider hat er gut geklappt hat er sehr lange geklappt wer kennt Ninja und ja ja Hahahaha Stopp, stopp, stopp Na, heute Abend, ich hab dir jetzt gesehen, mein Grafki Ich bin also einer Sekunde, jaa Bist du mich verarschen oder waaaaaas? Hallo? Proks Äh, hi! Was geht? Hi! Darf ich meinen neuen Subwoofer ausprobieren? Vielleicht? Darf ich? Ja, hau deinen neuen Subwoofer raus Hast du einen neuen jetzt? Ja Ähm, 400 Euro, glaub ich, in so einer Art 400 Euro Subwoofer hätt ich auch damals gern mit 7 gehabt Achso Ja, das ist der kleine Subwoofer, den was ich gemacht hab früher Das ist der große Oh Warte Warte Ich muss noch ein Lied ein machen, das hat kein Bass, gar nichts Okay Vielleicht kennst du das schon Das hat echt keinen Bass Warte Mal extra ganz leise Warte kurz Jaa, das kenn ich Sowas hörst du? Du bist 17, oder? Ich bin 19 70 70? Ne, ne, ich bin 19 Wär ich jetzt 70, dann wär ich im Knast, Digga Warum? Ach, nur so Ich bin 19 50 22 22 23 23 23 24 Vielen Dank.